Das ist ein Ziengau, oder? Toll! Oh, herrlich! Aber jetzt keine Wolken mehr! Wunderschön! Mh, herrlich! Kalidus, kannst du mir mal die Butter reichen? Danke dir! Was darf ich dir reichen hier? Darf ich dir ein bisschen was davon reichen? Probier mal da die Pastete ein bisschen. Welche? Ich helb dir gleich mal. Zu dir? Ja, ich helb dir. Ich weiß. Mach es nicht so, dass es ganz gefährlich ist. Von dieser Wurst nimmst du mal eine Scheibe hier. Probier mal. Probier mal. Was machst du denn? Probieren sollst du das mal. Ich weiß schon, wie es schmeckt. Ich mag das nicht. Du machst das. Seid da nur Leberwurst. Seid da nur Leberwurst. Was habe ich mal das nicht? Habe ich schon mal gemacht. Das ist das Beste, was es gibt. Das hast du noch nicht probiert, Carlos. Das kannst du noch gar nicht probiert haben. Das ist Ante Alex und Tals Favourite. Favourite von Tante Alex. Mag ich nicht. Schmeckt so toll. Siehst du, Oma hat sich recht. Jo, was habe ich dir vorhin gesagt? Mach ja nicht nur den Klauen. Ich habe doch gehustet. Ja, aber man macht das leise dann. Dann musst du es noch nicht zu machen, bitte. Na, magst du das, Jasmin? Ja. Ja? Okay. Käse mit Tomaten? Mhm. Guck mal. Sieht hübsch aus, nicht? Käse mit Tomaten. Mama, ich kenne zwei gute Wepper. Was soll ich dir sagen? Das ist eine Delikatesse. Und mit Zwiebeln noch. Ich liebe diese Tage, Mama. Mama. Ich liebe diese Tage, Baby macht dir nie mehr Sorgen. Und Bilder im Kopf. Aha. Hier, Leohchen. Nimmst du dir mal welche, bitte? Ja, gleich. Nein, du nimmst es mir mal ab, bitte. Okay. Aufpassen. 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 Wir beenden, die Seite.